Klimmzüge An die Stange hängen, die Hände weit auseinander. Die Arme dürfen nicht zur Gänze ausgestreckt sein, sodass die Rückenmuskulatur unter ständiger Anspannung steht. Den Körper nach oben ziehen, bis die Brust die Stange leicht berührt. Während des Hochziehens muss der Körper einer geraden Linie folgen und darf nicht nach vorne oder zurück schwingen. Langsam in die Ausgangsposition zurückkehren und dabei die Arme nicht zur Gänze ausstrecken. Untertitelung des ZDF, 2020